Hallo Leute, willkommen zu Part 19 von Star Wars Jedi Academy und wir begeben uns mit Kyle zusammen auf eine gefährliche, geheime Mission in eine der Festungen, der ehemaligen Festungen von Darth Vader. Und diese Mission starten wir mal. Meister Skywalker hat Jedi an Orte mit starker Machtaktivität, äh, sorry. Sieht so aus, als wäre jemand zu Hause. Luke weiß wirklich, was er tut. Wir landen im Canyon und versuchen in die Burg zu schleichen. Oh, Kyle. Ach, der Regen ist wie Säure. Wir brauchen Schutz, schnell! Schutz? Okay. Und jetzt Kyle? Wir haben wohl ein Empfangskomitee. Was sind das für Dinner? Ich habe muss eine Truppe sein, die speziell für die andere Umgebungen geschaffen wird. Autsch. Scherz, was? Ja. Okay. Okay, der Kyle kann auch kämpfen. Wir müssen von einer geschützten Stelle zunächst rennen. Halt dich möglichst vom Regen fern. Okay. Aber wohin müssen wir? Müssen wir hier? Können wir hier was einsammeln? Hier können wir was einsammeln. Ah, okay. Schildenergie. Das brauchen wir nicht. Wir haben gerade geheilt. Okay. Und wohin jetzt? So wieder so einer. Sogar zwei von denen. Ah. 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 Das war keine gute Idee. Tja. Äh. Ich spiel mal noch was bis hierher, Leute. Bis gleich. So, Leute. Da sind wir wieder. Und es geht weiter. Ah. 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 Wir sollen uns fernhalten, hat der liebe Kyle gesagt. Stark. Oh. Ah. 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 Schnell rein. Puh. Okay. Aha. Kein, alles okay? Ja, okay. Okay. Und jetzt wird es mal Zeit, glaube ich, für ein bisschen Gespür. Oh, ist aber nichts zu sehen. Oha. Der geht auf mich, hat er vorhin gesagt. Okay. Okay, da hat sie... Da lag es am Boden. Okay. Es ist nach wie vor immer noch ein Haufen, was man gleichzeitig bedenken muss. Nehmen Sie auf oder Sie sterben. Jawohl. Äh, Kyle musst du auch mal aufladen. Sorry. Äh. 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 Okay. War das jetzt... War das jetzt der Kyle oder war das ich? Na. Lacht eigentlich da der Kyle immer so? Ah ja, er heilt sich auch immer wieder. Ah ja, er heilt sich auch immer wieder. Stopp! Okay. Okay. Wo? Wo? Ich hab's was. Da kommen wir nicht so hoch. Mit dem Sprung meine ich, oder? Äh. Äh. Ist das ne Tür, die aufgeht? Hey! Nein, das ist keine Tür. Kommen wir da rauf, Kyle? Nee, oder? Nee. Wau, 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 wau! Wau, wau, wau! Wo kommt der her? Der ist wahrscheinlich von oben runter gesprungen. So. Und wo geht's jetzt lang, Kyle? Habe ich hier irgendwas? Ah! Hier! Hier geht's lang. Ich zieh lieber gleich das Lichtschwert. Brauch's ja eh gleich. Äh, Kyle, wenn der auf dich geht, könntest du mich dann auch mal um dich kümmern. Ah. Okay. Und das für ein Teil... Was ist denn das für ein Teil, Kyle? Der geht auf mich. Kyle kümmert dich jetzt mal... Das ist jetzt wirklich mal... Mal deiner. Der war aber schon sehr wehrlos, Kyle. Müssen wir denn jetzt nicht mehr raus? Sieht nicht so aus. Doch. Müssen wir. Schutz. Hier sie da. Was heißt hier hier sie da? Okay. Ach, es tut einfach wieder gut... Oh, sorry. Äh, es tut einfach gut, wieder sein Lichtschmerz zu haben. Das war ganz schlimm, diese eine Mission auf Dosun. Genau. Wir sind aufgeladen. Sozusagen geladen und entsichert. Ja. Nö, nö, hat niemand gesehen. Der geht auf mich. Oh. Gut. Keil. Ich weiß jetzt bloß nicht, warum das... Nichts wie los hier. Okay. Müssen wir hier eigentlich hin, Kyle? Oder... Müssen wir da oben rauf? Wahrscheinlich müssen wir doch da oben rauf, oder? Ja, wahrscheinlich. Könnt ihr da einfach rüberspringen? Ach. Voll daneben. War ja klar. Ja, aber wo, wo? Wie? Nee, da kann ich nicht rüberspringen. So weit komme ich nicht. Das ist wahrscheinlich wirklich nur... Nur Untersteller. Ich unterstelle mal, dass das was ist zum Unterstellen. Oho. Okay. Wo geht's jetzt weiter? Das sah jetzt grad so ein bisschen aus wie ne Höhle. Immer wieder zurück, Kyle. Davor sie wieder äh, 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 äh sagt. Ja. Wo müssen wir hin, Kyle? Könntest du mir vielleicht mal den Weg weisen? Hm? Hm? Man könnte fast meinen, dass es hier lang geht. Ah. Könnte man meinen. Ne, aber da geht's nicht lang. Hm. Hm. Geht's denn doch dahinter, oder? Hm. Es geht hier zumindest weiter, sagen wir es mal so. Die Macht muss ich erst wieder aufladen. Und zwar die Macht auch immer abgesaugt, aber das machen wir selber, in die wir diesen Schutz brauchen. Wäre wirklich schön. Nein, nein. Autsch. Drei. Oh. Kai, wo bist denn du hier halbe Stunde lang? Ach so, halt, nee. Schnell laden. Da unten sind sie. Sehr geht auf mich. Ja, dann mach aber mal. Danke, Kyle. So. Ich meine es gar nicht mal so einfach. Oh, schaut mal. Ein Bad aus Säure. Ein Säurebad. Was mache ich denn jetzt? Jetzt ist mein Geistestrick. Ah, nein. Ich mache ja alles falsch hier. Oh, das ist cool. Absorption und Schutz gleichzeitig. Das sieht dann so aus. So, jetzt warten wir mal kurz, bis die Macht wieder aufgeladen ist. Und weiter geht's. Geht's jetzt hier rein? Oder geht's auf der anderen Seite rein? Wenn das immer so leicht erkennbar wäre. Also, Kyle, versuchen wir's hier mal. Hier geht's nicht rein. Geht's da rein? Ah, nein, 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 nein. Tja, Leute. Dann versuche ich's jetzt mal auf der anderen Seite. Aber ich glaube, da sieht's auch nicht besser aus. Ich mache mal Gespür. Nee, da sieht man gar nichts. Ähm. Arbeiten sie sich bis zur Burg durch den sauren Regen vor. Ist denn das die Burg? Das sieht doch schon sehr burgmäßig aus, oder? Ah, habe ich auszusehen nochmal. Gespür gemacht. Nee, das ist es nicht. Das ist es aber auch nicht. Hallo. Macht. Ja. Und du? Ich kann's höchstens... Äh? Da? Moment, bis zur Burg haben wir's ja, glaube ich, geschafft. Aber reinkommen wir nicht. Okay. Dann versuche ich mal mit Kyle hier an der Seite. Dass wir da irgendwo einen Eingang finden vielleicht. Aber das sieht nicht so gut aus. Doch, das sieht... Und wie holen wir uns den Turbolaser holen und den Bomber ausschalten. Und wie holen wir uns den Turbolaser? Der geht auch nicht. Wir sind verhaftet. Der geht auch nicht. Der geht auch nicht. Oder sie sterben. Äh... Äh... Dito. Oh... Sieht mal, was der Kyle kann. Der kann... Äh... Machtblitze wie der Imperator. Das ist mir schon ein paar Mal aufgefallen. Ich dachte, ich hätte mich versehen... Oder eben verguckt. Wo ist dieser Turbolaser? Der geht auch nicht. Wo denn? Ach, ich geh einfach mal rauf. Da ist er. Da hinten ist die grüne Tür, glaube ich. Das sieht gut aus. Mann, ist das eine Mission hier. Die Tür ist grün. Hey! Oh, schaut mal. Kyle! Was tust du da? Du setzt die dunkle Seite ein. Das ist nicht gut. Oh, Entschuldigung. Das war jetzt gerade sehr interessant. Wieso setzt der die dunkle Seite ein? Der geht auch nicht. Glaubst du, du kriegst mich? Ich dachte, das ist noch ein Gegner. Okay. Im Hintergrund läuft die Musik, glaube ich, als Lando Calrissian den zweiten Todesstern zerstört hat. Oha. Ah, aber mich hat's erwischt. Mist, Leute. Da habe ich nicht aufgepasst. Wir müssen sie finden. Oh, ich habe kein Lichtschmerzen. Oh, ich habe kein Lichtschmerzen. Wo ist mein Lichtschmerz? Hallo? Mein Lichtschmerz ging nicht mehr. Okay. Der Kyle setzt immer öfter die dunkle Seite ein. Nein, das gefällt mir nicht. Das gefällt mir ganz und gar nicht, Leute. Ich habe da so einen bösen Verdacht. Puh. Das klingt ja auch so unheimlich. Sorry, 3-4-U. Okay, der Turbolaser sollte auf der anderen Seite dieser Tür sein. Ach, verschlossen. Da hinten war ein Kontrollraum. Warte hier und sag mir, wenn ich sie offen habe. Was bist du für einer? Na, der sah aber mal heftig nach Sith aus. Das war's, Kyle. Ich gehe rein. Bin gleich da. Ja, ja, klar. So. Wo ist denn dieser Turbolaser jetzt? Ah, da ist er. Arbeiten Sie sich bis zur Burg durch den sauren Regen vor. Arbeiten Sie sich bis zur Geschützstellung vor und zerstören Sie die TIE-Bomber. Ähm. Ja, sorry, Jaden. So, wir sind hier drin, Leute. Und ich würde sagen, wir machen mal wieder einen Cut, bevor wir Kyle und Jaden im Regen stehen lassen. Im sauren Regen. Und machen dann im nächsten Part weiter von Star Wars Jedi Academy. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.